Mehr Energie und Lebenskraft durch vitalstoffreiche Ernährung Genießen Sie unsere Exotik-Mischung mit Aprikosen, Ananas, Feigen, Mango, Papaya und vielem mehr. Unser täglicher Power-Snack. Alle in der Mischung enthaltenen Früchte sind naturgetrocknet, ungeschwefelt und ohne Konservierungsstoffe. Jede der einzelnen Früchte ist prallvoll mit Energie- und Vitalstoffen. Getrocknete Früchte sind ein gesunder Power-Snack wegen ihres Gehaltes an Mineralien, Spurenelementen und Pflanzenstoffen wie Beta-Carotin. Insbesondere bei allen Outdoor-Sportarten bringen Trockenfrüchte verbrauchte Energie schnell zurück und fördert die Regeneration. Der Topfruits Exotik-Mix besteht aus Aprikosen, Ananasringe, Bananen, Cranberries, Feigen, Mango, Papaya und Datteln. Jeweils getrocknet. Alle Früchte der Mischung können auch einzeln bestellt werden. Unser Produktversprechen für Sie. Topfruits Lebensmittel sind generell naturbelassen und ohne Farbstoffe oder künstliche Konservierung. Teilweise aus Wildwuchs. Öko-zertifiziert. Weitere Topfruits Qualitätskriterien sind ein geringer Verarbeitungsgrad, womöglich Fairtrade und vieles in Rohkostqualität. Entsprechende Piktogramme im Online-Shop weisen Ihnen den Weg. Bei Topfruits stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt.